Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge CSGO Ich warte fast Wobblecraft sagen, weil ich das so im Kopf hatte So, äh Alter, Anna ist Dropper wahrscheinlich Ja Guck, äh, Double-Tür Ich guck jetzt Double-Doss, ja, ja Kann aber schon raus sein, am Stein theoretisch Ja, guck auch lang Ja, ich renn hier grad AD AD Am Stein ist nix Ist der hier zu komisch Oh, der, ich glaub der ist noch, äh Am Spawn und schreibt lieber Mit dir Ich guck einfach Dropper Ja, ist ein Zufall, ne, dass man so welche Leute dann Ja Die hab ich, ähm, mit meiner, also Franzi, ähm, auf der ASL1 getroffen Und haben so ein bisschen, also in den Pausen so immer, haben so ein bisschen gelabert Und, wo ist denn das Fenster hin? Ach, die Map ist anders Die Fixpunkte sind nicht mehr da, wow Wie ist die Map anders? Ja, die haben das Fenster da rum weg gemacht Die Ottos, ey Bei Wingman oder was? Dropper einer down? Äh, runtergesprungen? Schon, äh, Fenster weg? Hä? Ich hab doch einen droppen hören Ich war da Irgendwie hab ich da kurz nen Tegel sehen Ich muss mein Wallpack neu einstellen Nein Haha So, ich adde ihn dann mal? Aber er hat einmal ne 300 Stunden Art Let's get this done Ich, ich, äh Kann, war Ich kann den, weiss nicht, wo der Bisschen ist Grenade out Was ist ein Absturz? Throwing a Grenade Smoke Faust, Dropper könnte rauskommen Puh Ich hatte keinen Schuss mehr auf meine, in meine Waffe Die hype mich hier grad so auch gegen Roten haben wir keine Chance und ich mach gar nix Hehehe Nein Go, go, go Grenade out Ich schülle hier meine Base so und chat mit denen und du killst die also nehmen Ah, die Flash war kacke Ja, einer ist hier, äh, lang auf jeden Fall noch Ha Oh, die Date war perfekt Ich bin low Flash, ah ne, du hast es noch Dropper ist bis jetzt nix Außer der ist Ist, ist die Safe unten? Nein Ah, ist lang Oder? Ne, ich glaub nicht Throw in Flashbang Counter Terrorists win Komm, ich gönn mir die SG Okay, sehr interessanten Namen hat die SG, guck mal Let's go I send nudes for boost Einer ist hier in der rechten Ecke Einer ist hier Einer ist hier Einer ist hier Einer ist hier Ja, wir fahren einfach drüber Ja, das tut mir ein bisschen leid jetzt auch Ja Das ist auch echt Also Ist halt so Echt ein bisschen unfair Ich mein, die haben 200 Stunden max, ne Ja Ja Ja, ich hab 1000 Du, du hast wie viel 5000 Ja, 4,5 glaub ich Oh, Dropper runter Ja Linke Seite direkt schon Steht links bei dir Ja Direkt links Hup Achso, da links Ich dachte, er ist Fenster gedroht Ne, ne Ok, ja, ja, ja Alles geplant Langhals Langhals AWP Achso Ich hoffe, er ist nicht, dass da Hätte ich nicht erwartet, dass der von da kommt Ich hab gedacht, er kommt jetzt direkt die Bombe holen erstmal Ja Hast du schon AWP? Auch keine Ja Ich werde wahrscheinlich nicht lang kommen Ja, doch Doch, ich hab einen Hits Ich guck, du warst Der hat hier die Waffe gepickt wieder Achso, ok Ach man War er da oben? Ja, ne, ich bin doch wieder Ah, er kann schon links sein, ne? Kann schon links sein, ja Nein, ist nicht links Sonst hat er die Bombe genommen Doch Loll Hup Das wärs gewesen Ah, beste Flash ever Der war doch Der war doch drin Eine Runde, Ehrenrunde Immerhin hat sie den James Bond Das war die Ehrenrunde Ich kann nicht mit AWP Obwohl Nach meiner Ansicht Waren dann Zwei Schuss Lass doch bitte beide Dropper gehen Ok Sollen wir boosten? Ja, ja Ich booste dich Ah, ist laut Ja, ich bin immer laut Hat er eigentlich nicht überleben dürfen Nein Ich meine, wenn einer laut ist, ist es doch ok Finde ich Wir kommen ja nicht auf die Idee, dass geboostet wird Weißt du, was ich meine? Weil ich war ja häufiger Dropper Oder Oder Bin ich dumm Dropper oder lang? Oder willst? Ja Ok War am Stein, lol Eigentlich müssen wir jetzt eine Runde abgeben Und ich muss einen Frag machen Warum? Ja, damit wir wieder gleich stehen Ach ne Ach ne Das geht diesmal nicht so gut Ich habe noch eine Runde abgegeben Ich habe noch eine Runde abgegeben So ein Frag habe ich So ein Frag habe ich Wopper Hm Ich muss jetzt noch einen Na scheiße Geht gar nicht Jetzt müsste man theoretisch sowas machen Ich mache einen Kill Und einen schieße ich halb low Und den musst du dann killen Dann haben wir exakt gleich Theoretisch Theoretisch ja Dann lass mal machen Warte, dann lass mich vor Und ich töte eins Und versuche einen loszuschießen Aber ich habe keinen Aim Ok So, jetzt musst du den anderen Komm, fahr Schießt jetzt dreimal im Fuß oder so Ja Geht dann der Ja, ich habe zwei Schuss, glaube ich, getroffen Schieß nochmal einmal im Fuß Schieß nochmal einmal im Fuß Ich weiß nicht, ob ich Ja, 54 Jawoll Nein, ich bin nicht gestorben Ah, nein Verdammt Ich hätte auch in eine Molly gehen müssen oder so Egal Aber wir haben 21 Punkte beide Da ist schonmal auch nett Ja, immerhin das gleich Gut, würde ich mal sagen Wir sehen uns bei der nächsten Folge Bis dahin Tschau Tschüss